Lauft ihr Hasen, lauft ihr Rehe so schnell, ihr könnt in ein Dorn gestroich, denn sonst kommt ihr Gegesmann mit der Flinte an und der schießt nach euch. Wir werden keinen Zett für sie ausgeben. Was stellen Sie sich denn überhaupt vor? Zu uns kommen die größten Sänger von der ganzen Welt und sie kommen mit kleinen Kindern. Komm, setz dich auf mein Knie, das ist ein hotter Hü, das ist ein hotter Brrr mit silberndem Geschirr. Hopp, 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 Pferdchenlaufgalopp. Ich muss schon sagen, dieses Mädchen ist bezaubernd. Ja, das ist sie wirklich, ein wahres Geschenk des Himmels. Du, damit würde ich an deiner Stelle nicht rechnen, dass der der Himmel, die schenkt, die behält er für sich. Heilige Maria, Mutter Gottes, mach, dass die Äpfise mich nicht hinauswirft. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Hübsch haben Sie es hier. Ja, jetzt mal. Schade, dass Sie nicht immer hierbleiben können, ne? Übrigens, Sie werden ein gebrochenes Herz hier zurücklassen. Am Brunnen vor den Tore, da steht ein Liederbarm. Ich träumt in seinem Schatten, so manchen süßen Traum. Also gut, Ihnen zuliebe. Sagen Sie, Georg, sehen Sie in dieser Nonne eigentlich die Erzieherin Ihrer Kinder oder bereits die Mutter? Bitte, verlassen Sie mein Zimmer, ich ziehe mich um. Was hat die Prinzessin gesagt? Sie hat gesagt, sie wäre nämlich verliebt. Sie hat einen Abendgut gemacht. Mit Rosenbedauch, mit Näcklein bestellt. Sie hat einen Abendgut. Sie hat einen Abendgut. Wir müssen, naviv sein. die Kinder, die Sie in der Bronze roompable innere Hebben, ist halt... Sie hat einen Abendgut gemacht.